Berliner Sparkasse steht auf der einen Seite für Tradition, für Sicherheit, für Fairness und wir haben in diesem Jahr den zweimalsten Geburtstag dieser Berliner Sparkasse und ich persönlich bin auch stolz ein Teil dessen sein zu dürfen. Die mobile Beratung, die besteht mittlerweile seit 2011 und wir haben uns überlegt, wie können wir unseren Kunden helfen, die wenig Zeit haben, leitende Angestellte, Freiberufler und eben auch den Wunsch haben, nicht in eine Sparkassenpedale zu kommen und wir wollten neue Wege gehen, neue Wege in der Kundenansprache, in der Akquisition und letztendlich eben auch in den Kundengesprächen und das ist uns dank Martin Lindbeck eben auch sehr gut gelungen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Martin Lindbeck Lindbeck habe ich vor deutlich über zehn Jahren kennengelernt und war begeistert, wie er einen Vortrag zum Thema Vertrieb, Verkauf eben gehalten hat und als ich mich mit dem Aufbau der mobilen Beratung befasst habe, war es irgendwie eine Logik ihn damit rein zu nehmen. Warum? Wir haben ein Team von Spezialisten, die eben Impulse brauchen, die sich weiterentwickeln wollen und Martin mit seiner durchaus polarisierenden Art mit seiner Gestik, seiner Mimik, seiner Art eben mit Menschen umzugehen, hat mich schwer beeindruckt und deswegen war es irgendwie klar, dass er Teil des Teams irgendwie auch sein wird. Er hat so viel Charisma ausgestrahlt, dass ich sicher war, eben auch bei so vielen individuellen Typen, die in der mobilen Beratung eben sind, dass das passen wird. Aus dem einfachen Grund, weil er sich sehr gut auf die Menschen einstellen kann und ich eben auch aus dem ersten Eindruck, den ich mit ihm gewonnen hatte, eben festgestellt habe, der kann das. Und die Dinge, die er uns mitgegeben hat, die funktionieren und vor dem Hintergrund, dass es funktioniert, ist auch die Akzeptanz letztendlich bei den Kundenbetreuern da und die Anwendung im Alltag. Er ist ja selber Unternehmer, führt viele Mitarbeiter, genauso wie ich das in der mobilen Beratung eben hier habe. Wir sind eben fast 50 im Laufe der Zeit geworden und das, was Martin Limbeck an Tipps, Tricks, Empfehlungen eben gibt, das lebt er auch selber vor. Ich habe das in den Vorbesprechungen erlebt für die entsprechenden Seminare. Ich habe es erlebt, wie er sein Handwerk eben im Seminar umsetzt, sehr professionell, sehr zielgruppenorientiert und letztendlich, ich habe es eben auch erlebt in der Nachbetreuung, dass er eben sagt, man muss den Kunden begeistern und mich hat er eben auch begeistert beim letzten Mal, in dem er mir eben auch dann eben diese Karte nochmal geschickt hat, wo er eben gesagt hat, danke Thilo, super Seminar, tolle Leute, das beeindruckt mich schon. Es ist eben wichtig, immer wieder bestimmte Formulierungen auch zu trainieren, eben auch die neue Trends mit aufzunehmen. Die letzten beiden Jahre hat Martin sich eben auch sehr stark damit beschäftigt, wie kann digital abgebildet werden, digital und persönliches Gespräch face-to-face. Wir haben vieles von ihm gelernt zum Thema Nutzung von LinkedIn, von Zing, wie kann eben das eine mit dem anderen gemeinsam kooperieren und wie kann ich eben auch den Kunden davon überzeugen, dass er auf der einen Seite digital unterwegs ist und auf der anderen Seite persönlich face-to-face. Und vor dem Hintergrund dieser ständigen neuen Entwicklung ist es richtig gewesen, mit ihm jedes Jahr zusammenzuarbeiten und ich gehe davon aus, dass es auch in der Zukunft weitere Begegnungen mit Martin geben wird. Martin Limbeck ist selber viel unterwegs, akquiriert immer wieder neue Kunden, macht selber neue Erfahrungen, beliest sich, trainiert selber und diese Dinge, die er eben selber eben erlebt, die gibt er weiter und von daher ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass eben auch langjährig erfolgreiche Berater der mobilen Beratung dieses gerne aufnehmen, um sich erneut weiterzuentwickeln. Wir erleben eben, dass das Geschäft mit Kunden sich schon sehr stark verändert, gerade eben im digitalen Zeitalter, eben die Generationen sehr unterschiedlichen Bedarf haben und von daher ist es für uns zwingend notwendig, uns in unseren Beratungsaspekten eben auch sehr breit aufzustellen und die Trainingsmöglichkeiten, die uns dadurch eben auch durch Martin Limbeck und seine Gruppe berührt werden, die sind da schon sehr, sehr hilfreich. Wenn Sie Unternehmer sind, der über ein gutes Vertriebsteam verfügt und ein Team hat, was sich weiterentwickeln möchte und was hungrig ist, noch erfolgreicher im Vertrieb zu sein, dann ist Martin Limbeck genau der Richtige, weil er hat pulsierende Ideen, er treibt die Menschen, er ist eben auch nicht Mainstream und das macht es aus, weshalb ich empfehlen würde, wenn Sie eben solche Menschen in Ihrem Team haben, dann ist Martin Limbeck bzw. die Limbeck Group genau der Richtige für Sie.